Wenn der Klub ab dem Sommer dieses Jahres solche Tore schießt wie dieses hier, tut er das weiterhin mit dem Schriftzug und dem Logo des bisherigen Hauptsponsors Nürnberger Versicherung auf der Brust. Die erfolgreiche Verbindung zwischen dem Klub und dem in der Frankenmetropole beheimateten Versicherungsunternehmen wurden weitere drei Jahre verlängert. Grünes Licht für die weitere Partnerschaft, die sich an langfristigen Zielen orientiert. Wie der Vorstandsvorsitzende sagt, das habe man zu Beginn der Zusammenarbeit 2016 vereinbart. Wir hatten damals schon das gemeinsame Ziel, dass wir irgendwann in der Bundesliga landen. Das ging relativ schnell. So wie es jetzt aussieht, wird es kurzfristig einmal wieder unterbrochen werden. Aber unser dauerhaftes Ziel ist, dass wir mit dem 1. FCN da spielen, wo wir als Versicherer sind, nämlich in der 1. Liga. Für den Klub ist die Vertragsverlängerung, Rückenwind im Abstiegskampf und Fundament für die Zukunft die zentrale Frage. Was bedeutet das für den Verein? Also ich will zunächst mal ausholen und über die letzten drei Jahre der Partnerschaft reden und will auch nochmal betonen, dass wir in den letzten drei Jahren eine ganz signifikante Konsolidierung vonstattengebracht haben. Und diese Konsolidierung wäre nicht so positiv vonstattengegangen, wenn wir die Nürnberger Versicherung als verlässlichen Partner nicht neben uns gehabt hätten. Dementsprechend gilt es mir an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank zu sagen für die letzten drei Jahre. Und natürlich bin ich sehr enthusiastisch, wenn es um die nächsten drei Jahre geht, weil das Kapitel der nächsten drei Jahre wird nicht mehr wirtschaftliche Konsolidierung heißen, sondern Stabilisierung. Und wir müssen schauen, dass wir diese Stabilisierung zusammen mit der Nürnberger Versicherung so bewältigen, dass wir uns tatsächlich als Erstligist mittelfristig etablieren können. Wirtschaftliche Stabilisierung einerseits, andererseits Vertiefung der Partnerschaft. Zwei Seiten der gleichen Medaille. Hinzu kommt ein Signal. Ich glaube, das Zeichen, dass wir als einer der großen Arbeitgeber in der Metropolregion mit dem ersten FCN wieder drei Jahre weiter beschreiten, das ist ja auch ein Appell an weitere Unternehmen in der Region. Deswegen bin ich so begeistert von dieser Partnerschaft, dass die Nürnberger Versicherung sich da auch als Speerspitze versteht. Das ist natürlich ein tolles Zeichen und hilft uns immens. Gute Nachrichten also für den Club, der sich unabhängig vom Klassenerhalt voll auf die Nürnberger Versicherung verlassen kann. Bis ins Jahr mit den vielen Zweien.